Ein kompakter und schlanker Gehäusetyp. Passt nahtlos in kleine Räume oder Ecken ohne toten Raum. Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie das Modul ein. So wie man ein Buch in ein Bücherregal stellt. Es ist schnell und einfach. Auch die Kapazitätserweiterung gelingt bühelos. N-Block E gewährleistet eine reibungslose Erfahrung von der Installation bis zur Anwendung. Mit der App können Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Solarproduktion in Echtzeit überwachen. Auf einen Blick sehen Sie, wie viel Energie Sie verbraucht haben und wie viel Geld Sie gespart haben. Das Speichersystem von LG N-Block bietet ein unbegrenztes Anwendungspotenzial. Unsere Batterielösungen können für die Bedürfnisse unserer Kunden optimiert werden. Vom privaten bis zum kommerziellen Einsatz. LG N-Block enthüllt die unendlichen Möglichkeiten von Heimspeichern. Bauen Sie Ihre Energie aus. Genießen Sie ein besseres Leben zu Hause. LG N-Block